Nummer 5 Wenn Sie stundenlang lernen und Ihren Augen den bestmöglichen Komfort bieten möchten, sind die 15,6 Zoll Full-Tauflösung 1920 X1080P und die Antiglair-Technologie dieses HP Pavilion Computers genau das Richtige für Sie. Ausgestattet mit einem 4-Kern-Intel Core i7-1165G7-Prozessor ist er in der Lage, ein hohes Maß an Leistung zu erbringen. Er verfügt über eine Solid-State-Festplatte mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte, die durch 16 GB Arbeitsspeicher ergänzt wird, um Ihnen mehr Platz und Geschwindigkeit zu bieten. Erledigen Sie alle Ihre Aufgaben unterwegs mit seinem ultraflachen und schlanken Design und der langen Akkulaufzeit. Integrierter Fingerabdruckleser Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Sie wollen ein leises Notebook, das Sie beim Lernen nicht von der Konzentration abhält? Dieses Apple MacBook Air mit seinem lüfterlosen Design sorgt für ablenkungsfreie Tage. Es verfügt über einen M1-Chip, der zusammen mit seiner 8-Kern-CPU eine bis zu 3,5-mal bessere Leistung als die Vorgängermodelle bietet. Seine Solid-State-Festplatte hat eine Speicherkapazität von 256 GB, die durch 8 GB RAM für einen reibungslosen Betrieb ergänzt wird. Sein 13,3 Zoll Retina-Display bietet eine Reihe lebendiger Farben und unglaubliche Details. Mit der FaceTime-D-Kamera können Ihre Lehrer Sie während des Online-Unterrichts deutlich sehen. macOS Big Sur Betriebssystem Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Dieser Computer wurde speziell dafür entwickelt, dass Sie alle Aufgaben auch unterwegs erledigen können und ist dank seines ultraflachen Designs bequem und tragbar. Er hat ein 13,3 Zoll großes Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920x1080p. Das robuste und leistungsstärke Gerät ist mit einem Intel Core i78-550U-Prozessor ausgestattet, der für eine hervorragende Leistung sorgt. Seine Solid-State-Festplatte hat eine Speicherkapazität von 512 GB, die zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher alle Ihre Bedürfnisse abdecken kann. Er verfügt über einen eingebauten Fingerabdruckleser, der die Sicherheit Ihrer Dateien verdoppelt. Windows 10 Home Betriebssystem Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Sind Sie auf der Suche nach einem Computer, der Ihnen großartige Grafiken bieten kann? Dann ist dieser Computer genau das Richtige für Sie. Mit seinem 15,6-Zoll-Ultrad-Breitbild-Display und dem 4-Wege-Nano-Edge-Rahmen bietet das Asus ZenBook 15, ergänzt durch einen hochmodernen Intel Core i7-10510U-Prozessor, die Leistung und Grafik, die Sie brauchen. Ausgestattet mit einem innovativen interaktiven 5,6-Zoll-Touchpad, bietet er Ihnen eine intelligente Steuerung und Multitasking Ihres Computers. Er hat eine schnelle Speicherkapazität von 512 GB SSD und 16 GB RAM. Er kann mit Amazon Alexa verbunden werden. Das Betriebssystem arbeitet mit Windows 10. Sie können den Link zu diesem Produkt in der Beschreibung finden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Es ist ein tragbarer Computer im schlanken, minimalistischen Slim-Design, der von Microsoft entwickelt wurde. Der 13-Zoll-Bildschirm ist mit der Pixel-Sense-Technologie ausgestattet und kann hochauflösende Bilder wiedergeben. Seine Solid-State-Festplatte hat eine Speicherkapazität von 128 GB, die durch 8 GB Arbeitsspeicher ergänzt werden. Er ist mit einem Quad-Core Intel Core i5-Prozessor ausgestattet, der für optimale Leistung sorgt. Das Beste an diesem Notebook ist zweifellos sein Akku mit einer Laufzeit von 10 Stunden bei moderater Nutzung. Windows 10 Home Betriebssystem Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.